hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren tag in münchen auch der letzte tag in münchen heute ist sonntag und wir gehen jetzt erstmal was frühstücken i guess und mal sehen was wir uns heute machen da müssen wir uns wahrscheinlich noch so wir haben jetzt gefrühstückt ich habe hier noch meinen kaffee in der hand und jetzt gehen wir glaube ich schon zum englischen garten oder ja Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017